Servus, liebe Freunde der gepflegten Northland-Unterhaltung, ich bin Raim und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das ist jetzt heute Video Nummer 3, ist aber eigentlich wichtig, weil dieses Video ist eine Ergänzung zu dem vorangegangenen Video. Es geht nochmal um die Änderung auf der Karte Osteuropa im Domination-Modus. Für diejenigen von euch, die das Video, das Vorgänger-Video von diesem hier nicht gesehen haben, es geht darum, dass Gaijin die Brücken, die den südlichen Teil der Karte mit dem nördlichen Teil der Karte verbinden und nur im Domination-Modus, also wo nur die drei Cap-Punkte im südlichen Teil der Karte sind, darum geht es jetzt nur, nur um diese Version, dass hier die Brücken entfernt wurden. Gaijin hat die Brücken quasi kaputt gemacht und dann war auch bei mir schon so ein bisschen Verwunderung da, weil man damit quasi eigentlich ja den nördlichen Teil komplett abgeschnitten hat und somit wieder so eine ja künstliche Verknappung der Karte herbeigeführt hat und so eine künstliche Verschlauchung habe ich es genannt in meinem Video davor und ich hatte dann auch gesagt, so mit einem normalen Panzer kommt man da nicht mehr rüber, aber mit einem der Schwimmpanzer, weil es eben doch noch entsprechende Auffahrten gibt zwischen den Brücken, die man halt eben nutzen kann, aber wenn man natürlich durchs Wasser möchte, dann geht das nur mit einem Schwimmpanzer. Gleich vorab, die Änderung, die Gaijin hier vorgenommen hat, ist immer noch in meinen Augen unsinnig und warum mache ich dieses Video jetzt noch? Weil man kommt und das aber mit ein paar Tricks und Kniffen trotzdem immer noch auf dem nördlichen Teil. Das würde auch erklären, warum es im nördlichen Teil keine Red Zone gibt. Ja, so wie ich es auch in dem Video vorher angesprochen habe. Wir gehen hier jetzt mal in eine eigene Schlacht wieder rein. Ich versuche euch das jetzt mal entsprechend so zu zeigen, dass man es hoffentlich entsprechend dann versteht. Das ist immer deutlich besser. Ich werde das andere Video aber nicht löschen, weil ich nach wie vor immer noch der Überzeugung bin, dass man hier zu sehr eingeschränkt wird, um dann den nördlichen Teil der Karte, wenn man nicht in einem amphibischen Panzer sitzt, bespielen zu können. Deswegen lasse ich das Video online, aber das hier nur noch mal als Erweiterung dazu, damit ihr halt eben wisst, worum es geht. Also jetzt mal rein in die eigene Schlacht. So, wir sind jetzt hier wieder auf der linken Seite gespawnt. Und hier hinten ist ja die letzte kaputte Brücke. Und da muss man jetzt halt entsprechend hinfahren. Das mache ich jetzt hier mal mit dem Wextra. Und hier hinter dieser kaputten Brücke ist der Fluss so flach, dass man da immer noch rüberkommt. So, und ihr seht es, wir können hier mittendrin stehen. Ihr könnt hier den Fluss überqueren. Das geht auch mit einem Heavy, weil ihr seht, der Wextra, der ist ja auch, ja, ich sag jetzt mal so normal hoch, sag ich jetzt mal. Und ihr könnt auf jeden Fall hier auch mit einem Heavy diesen Fluss hier, diese Flussseite hier entsprechend überqueren. Und seid dann auch wieder auf der anderen Seite der Karte. So, ich bin jetzt mal auf die andere Seite der Karte gefahren. Denn hier drüben kommt man auch rüber. Zwar nicht so leicht wie von der westlichen Seite, aber ihr könnt hier diese Brückenteile nutzen. Die sind nämlich so flach im Wasser, dass man da entsprechend rüberkommt. So, das Ganze probieren wir jetzt auch nochmal von dieser Seite, nachdem wir ja da jetzt hier rübergekommen sind. Ihr habt auch hier auf dieser Seite nicht so wie auf der linken Spawnseite einen, ja, ich sag mal, eine Furt, sag ich mal. Also ein Bereich, der tief genug ist. Sondern ihr müsst hier tatsächlich, ja, so mehr oder weniger ein bisschen rüberspringen. Und braucht dann halt aber auch ein Fahrzeug, das schnell genug ist. Und beim Wextra, seht ihr jetzt hier, ist das schon nicht der Fall. Und hier oben fängt dann halt auch schon der Timer anzulaufen. Aber mit so einem Fahrzeug, wie jetzt zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit einem leichten, sehr schnellen Fahrzeug. Ich sag mal, hier mit dem Packpuma sollte man das schaffen. Aber was hier auf jeden Fall schon wieder zu sehen und zu sagen ist, man kommt zwar auf diese Seite der Karte, ja, noch rüber, wenn man hier im Osten spawnt. Aber man hat dann, wenn man nicht wirklich ein leichtes Fahrzeug hat, das wirklich schnell genug ist und das dann auch genug Anlauf hat, dass man hier quasi über die kaputte Brücke springen könnte, hat man es von dieser Seite, also vom östlichen Spawn aus, deutlich schwerer, hier den nördlichen Bereich der Karte zu nutzen, als vom westlichen Spawn aus. Also die Änderung, dass die Brücken weg sind, ist trotzdem nach wie vor immer noch in meinen Augen nicht gut. Und durch diese Änderung und dadurch, dass man hier hinten rüberkommt, rüberkommt, also ich hab's auch schon hier irgendwo versucht, hier kommt man auch nicht rüber, also hier ist der Fluss auch definitiv zu tief, man kommt da entsprechend einfach nicht rüber. Und das bedeutet, man kommt nur hier in diesen Bereich und das war's dann. Das heißt, diese Karte ist jetzt noch mehr nicht in Balance, als sie es vorher schon nicht gewesen ist. Und durch das Abreißen der Brücken macht es das Ganze nicht wirklich besser. Also die westliche Seite ist deutlichst, ist deutlichst im Vorteil gegenüber der östlichen Seite. Und diese Änderung, auch wenn man natürlich noch rüberkommt, ja, hier oben, wie gesagt, kommt man eben auch noch rüber, da braucht man aber auch, wie gesagt, ein sehr, sehr schnelles Fahrzeug mit einem Heavy oder mit einem Medium, würde man das nicht mehr schaffen. Ja, hier kommt man noch rüber, wahrscheinlich auch mit einem Heavy, aber ansonsten würde man es auch hier nicht mehr schaffen. Also die Karte hier ist völlig in Balanced, jetzt noch mehr, als sie es vorher schon gewesen ist, aber zumindest haben wir jetzt auch eine entsprechende Erklärung, warum hier oben keine Red Zone eingerichtet ist und dass man trotzdem auch noch mit anderen Fahrzeugen, zumindest wenn man im Westen spawnt, noch rüberkommt, ohne ein amphibisches Fahrzeug zu haben. Spawnt man im Osten, braucht man trotzdem am besten noch ein amphibisches Fahrzeug oder eben ein sehr schnelles Fahrzeug, damit man auch den nördlichen Teil der Karte entsprechend verwenden kann, um dann halt eben hier an diesem Rand die Brücke als kleine Sprungschanze nehmen zu können, um dann rüber aufs andere Ufer zu kommen. Also die Änderung trotzdem immer noch nicht gut, auch wenn man noch rüberkommt, auch mit so modernen Panzern wie mit einem Abrams und mit einem Leopard zum Beispiel ist es hier auf jeden Fall möglich, da drüben natürlich auch. Hier oben müsste man es ausprobieren, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn man sich hier oben einen abbrechen muss, bis man erstmal hier oben dann den nördlichen Bereich wirklich bespielen kann, dann kann man es eigentlich auch gleich sein lassen. Also diese Änderung trotzdem nach wie vor meiner Meinung nach nicht gut, aber es ist ein klitzekleines bisschen relativiert. Die Aussage gerade, die ich auch getätigt habe im anderen Video, dass man dafür eigentlich nur noch mit amphibischen Fahrzeugen rüber kann, die stimmte so nicht ganz. Das wollte ich hiermit auch nochmal korrigieren und euch auch zeigen, dass man hier auch mit anderen Fahrzeugen noch rüberkommt. Aber grundsätzlich ist die Änderung immer noch in meinen Augen Mist und dadurch, dass man im Westen deutlich besser rüberkommt als beim östlichen Spawn, muss ich ganz ehrlich sagen, ist diese Karte jetzt völlig aus der Balance geraten. Ich bin mal gespannt. Ich wollte es wie gesagt nur kurz korrigieren, damit wir jetzt alle auch eine komplette Übersicht haben. Haut dazu gerne mal auch eure Einschätzung, eure Meinung in die Kommentare. Lasst auch hier gerne einen Daumen nach oben da und auch ein Like und auch ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ich weiß, das war jetzt das dritte Video, aber ich denke, das war jetzt nochmal wichtig, dass wir das heute dann nochmal geklärt haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Raibun.